Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Braindisplay, ich bin hier mit Fennifer Lake. Und ich mit Saffron. Und wir sind immer noch im Hotel Dauerton. Hotel L'Amour. Und jetzt schließen wir diese mysteriöse Tür auf, wo Nigel und Polly gearbeitet haben. Mit Dubstep. Ey. Oh, ich dachte schon, ich kann das China-Essen angucken. Das sah aber wirklich so aus, als hätten sie sich was vom Chinesen geholt. Los, erzähl. Oh. Das ist aber immer so. Ich bin allein auf meinem Telefon, aber ich muss nachzudenken, zu dieser Runde. Ich denke, es ist weg. Es war außerhalb der Tür. Jetzt ist es Zeit, um einen Gehen zu machen. Ich wünsche mir Glück. Ich bin hier so oft zurückgespultet. Wir sollen jetzt schon lesen. Ich dachte, das wäre dieses rote Buch. Ja, das war auch aus Windjournal. Okay, ich kann hier bloß auf den Tisch. Komm mal schon mal in Team Map. Hallo. Oh, ich sehe, wie auf dieser Campus. Das scheint Polly zu sein. Ja, ein wirklich, wirklich hübsches und noch nicht ganz so totes Kind. Nigel. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise. Das sieht aus wie ein Hipster. Ja. Aber das war damals der Bevorstuhl. Das war Nerd. Oh Gott, da ist irgendwas Merkwürdiges auf diesem Bild in dem Raum. Aber ich kann es jetzt auch nicht irgendwie zu was zuordnen. Und da ist man mal hier, Cam Nummer 9, Nigel. Oh, da wollte ich gerade noch gar nicht draufklicken. Aber okay, hier ist Dalton. Hier ist ein Waldweg, ein Pfad. Wo ist denn da alte Farm? Meinst du, wir kommen noch woanders hin? Wir waren schon mal auf der... Ja, wir waren in so einer Hütte und dann unten in der Kammer wahrscheinlich. Ich will aber nicht da weg. Hier gefällt es mir in dem Hotel. Nochmal hier den Unterschied. Das ist Kamera 9, 21.13 Uhr. 21.14 Uhr, eine Minute später. Irgendwelcher Unterschied? Nö. Nochmal Crowhurst, Superior Architecture. Hallo Polly Nigel, wie geht denn das Geisterjagen so? Ich denke immer noch, ihr verschwendet eure Zeit. Aber kein Problem, solange ihr Spaß habt. Ich werde die ganze Woche lang spät arbeiten, das Ganze vermessen und kartografieren. Also die alten Bahnsteige. Also wenn ihr irgendwas merkwürdiges, merkwürdige Geräusche draußen hört, dann bin es wahrscheinlich ich. Oder bin ich es? Pete Crowhurst. Crowhurst? Ja. Ach, das ist unser Bruder. Wir heißen Crowhurst. Wir heißen Crowhurst. Oh. Wird das noch wichtig, was die gegessen haben und wie viel es gekostet hat? Jetzt warte mal, guck dir mal die Preise an und schau mal, ob die bis hierher liefern. Ja, von wegen. Du hattest doch schon Nudeln. Egal, ich brauch mehr. Ich hab schon wieder Hunger. Ich auch. Danach essen wir was. Natürlich. Okay. Das sieht interessant aus, das helfe ich mir für später auf. Ich guck mir jetzt erstmal. Okay, Hayden Industries. Ah, so ein Gestellschein. Das sieht aus aus. Oh, oh, dürfen wir uns über Computer. Eine kabellose Maus und Keyboard, das ist gar nicht so alt. Das ist von 2003, hast du nicht die Dings gelesen, die Daten? Remote Digital Kameras, über gut. Fusion Tennis. Okay. Das ist bestimmt das Äquivalent zu Mac und damit vollkommen überteuert und nutzlos. Ein, wow. Das sieht eher nicht so aus. Okay. Kann ich? Ruf doch mal bitte den Lieferservice an. Ruf doch mal den Lieferservice an. Warte mal, warte mal, warte mal. Telefonnummern. Oh, mein Gott. Ruf doch mal den Lieferservice an. Ja, ja, ich rufe jetzt den Lieferservice an. Also, Pizza oder chinesisch oder Tandoori. Was willst du? Mach mal Pizza. Pizza. Gut. Free Cornkorb. Ah, gratis Maiskolben. Zu jeder Pizza. Oh, die Frau da oben sieht echt zufrieden aus mit der Pizza. Das ist gut. Wir wollen einmal Pizza. Wir müssen auf 6,90 Euro kommen. Wieso? Sonst kriegen wir nicht den gratis Maiskolben. Gut, dann nehmen wir, okay, einmal den Käsekuchen als Nachspeise und die Pizza Hot Fun. Das klingt gut. Ah, nein, 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 warte mal, wir brauchen was zu trinken. Ach so, noch eine Coca. Wirklich? Willst du die ganze Nacht wach bleiben? Halt eine Fanta. Okay, 01622 048152. 0481622. 01622. 0148. 0522. Du hast voll vergeigt, man. Ich habe es vergessen. Du kannst nicht. Ich kann mir sowas nicht merken. Okay, 048152. 048152. 048152. 048152. 0. Nein. Doppel 2. 01622. 01622. 048152. 048152. 048152. Passwort 1,2,3. Oh, da brauche ich kein Passwort. Okay. Geiles. Wow, geiler Bildschirmhintergrund, den könnte ich mir klauen. Nein. Okay. Okay. Notemaker. Notemaker. Oh Gott. Nicht das schon wieder. Das hatten wir. Progress, Failure, George Crabtree, Success. Okay. Na, gucken wir uns mal an Soundfiles. Okay. 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 Da ist auf jeden Fall eine Stimme drin. Okay. Wo es aufgenommen wurde. Okay. In der Küche. Okay, in der Küche. Warte. Mach mal die Frequenz. Nein. Wir, wir. Oh Gott. Mach mal ein neues Geld. Oh nein. Moment. Okay. Guck mal. In welchen Frequenz. High Frequenz. Low. Nee. Die gleiche, die wir auch benutzen. Moment. Reverse. Okay. Mach mal das mit einem neues Geld drauf. Nochmal. Hast du es gehört? Hero Finders. Irgendwas mit Finders, ja. Heilige Scheiße. Da gibt es noch einiges an Rätseln. Image Cleaner. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was macht der denn? Moment. April Museum Memories. Oh mein. Nee, Güte. Das ist Nigel. Mit Vergrößerung. Irgendwelche interessanten Sachen. Moment. Das hier sieht doch interessant aus. Da kann man nur vergrößern. Okay. Ach du Scheiße. Das Spiel hat noch so viel zu bieten. Oh mein Gott. Allein wie dieser Computer? Okay. Meine Musik. Track 1. Die stehen echt auf Dubstep. Mhm. Yeah. Groovy. Techno, Elektro, Haus, wie auch immer. Du 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 du. Warte mal, pass mal auf. Nicht, dass wir hier. Yeah, 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 yeah. Okay, das ist geil. Ja, 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 ich habe immer bloß ein paar Sekunden. Ja. Okay, persönliche. Äh, 14 Column Crap. Ah! Oh! Oh! Das sind 8 Personen. Oh, die, die alle, alle geordnet. Ach scheiße, stimmt ja, Mathilda hieß mit Nachnamen Fly in ihrem. Fly Mathilda. Das sind Case-Files über alle, die verschwunden sind. Ach du meine Güte. Und wir, oh, Wetter- und Solar-Updates? Hä? Für die Flut und sowas, die noch kommt, hä? Ach du Schande. Ja, die sind immer zu einer sich so langsam schon an. 3, uuuh. So ein paar Informationen? Heilige? Wow. Ehh. Webseiten, okay, welche Webseiten hat er so besucht? Manus. Okay, wir müssen jetzt... Google.com. Google.com. Na gut, dann äh... Helden. Red. Ich hab keine Ahnung Oh nein, hier, hier Learn Piano Co. UK Ha, ich wusste es Ich wusste, wir müssen diese Noten auf einem Piano spielen Ja, stimmt G, G, A, B Schön, dass sie uns das schon schön in Form gemacht haben Okay, G ist Das könnte ich tatsächlich auch Ja, gut, also ich weiß, wo es C ist und den Rest kann man sich dann zusammenreißen Ja, ich weiß, wo die Halbtöne in der C-Tonleiter sind Ghostbusters.net .net Tatsächlich Ghosthunters Frequently Asked in Focus, Television Sponsors Okay, also nur um das jetzt mal hier alles zu zeigen Wir werden da jetzt off-cam das Ganze durchgehen und dann die wichtige Information im nächsten Part euch zeigen Weil Also wir werden auf jeden Fall Alles Wichtige Kidderfly, links unten Oh Ja, die ist ja verschollen Also die ist ja nach dem Spiel abgehaut einmal und niemand wusste, dass sie hier ist und dann ist sie hier im Hotel ja verschollen As many as twelve people has vanished Wow Wo bist du denn jetzt? Sucher Oh Dein Was? Dein Geburtsdatum hier Okay, äh Okay, Seeker Oh, ich kann über dein vergangenes Leben Will maist Enter your example Click ask Okay Okay, bevor Also Ah, ich will so viel machen jetzt Oh, mein Gott Meine Fresse, ey Und es gibt es aber noch auf der rechten Seite eine computer Video-Vision-Groo-Girls Oh, Mann Kriegen wir die noch? Kriegen wir das ganze Zeug noch? Scheiße, ich dachte wir wären halt durch oder was? Okay, und jetzt? Und schon wieder dieses Subwoofer Die Wand Oh, das ist Larus 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 Larus, das ist noch ein Zeichen Perfekt Larus war die Nummer Acht Ja, Larus Das ist schön, dass ich die so langsam alle weiß Ohne, dass ich es mir noch öfter mal angeguckt hätte Okay Hier Leave me alone Anagram Ja, Anagram Natürlich Das ist nicht mal ein Anagram Das ist nur rückwärts Also die einfachste Art von Anagram Okay Das Bild ist What? Oh, da ist was passiert Schau, du kannst es hier durchgucken Äh, naja, mach mal langsam Ja, nichts Der Zeit nach 3 4 4 4 4 0 0,35 dieser Schatten erscheint 36 36 Er verdichtet sich Ganz schön krass Und 37 Das ist ein Gesicht Das ist ein Gesicht Ist das nicht Mathilda? Das muss nachgeguckt werden dann Okay Das sieht schon ein bisschen aus wie Mathilda Ja, da müssen wir Aber da könnten wir mal den Dings drüber gehen lassen Den Cleaner dann, genau Okay, Studenten wollen das Geisterhaus beweisen Pauli und Nigel Das ist langweilig Ja Gut, hier ein Bild vom Bahnsteig Cam Nummer 3 Ah ja Für ein Newspaper Äh Gut Viel Glück vom Professor oder sowas Missing Persons Ah, da steht dann wer Alles vermisst ist Warum? Hä? Case Nummer 14 Field Note Reference Missing Person Name Nigel Der Saugut Und hier Ah, wo die verschiedenen Kameras sind Ah, ja Okay, ich verstehe Okay, und PC Terminal 2 Äh Is the only thing I like on that menu The rest is Yuck Okay, das einzige was auf dem Menü Weil ich hab's jetzt nicht schnell genug Das Passwort für den PC2 ist das einzige was Nigel Auf dem Menü mag Okay, wir haben hier Eindeutig Chinesisch Chinesisch Das heißt Dragon Inn Und nicht Starter Soups, sondern Ciao Main Hm, das ist zu schwer Ich würde mal alles weglassen, wo ein und drin ist Ja, ich würde, ich würde gar nicht hier irgendwas und einfach nur Ciao Main eingeben Das probiere ich jetzt mal Curry oder Ciao Main Passwort Ciao Main Ist das? Da müsste, wenn dann, nichts dazwischen sein Okay Ich kann hier nirgendwo entern Nein, okay Und Das andere Curry Curry Nein Nee, es ist doch nicht so leicht Okay Okay Komm ich hier nochmal raus Haben die sich ein Zimmer geteilt, die beiden? Drück doch einfach mal unten Ah, unten Ja, der andere PC musste runtergefahren werden So Hm Hm Wenn wir was nicht anders lösen, wäre mal wahrscheinlich alles durchgehen, aber irgendwas gibt's da bestimmt Geh nochmal zurück und liest dir den Hinweis durch Entweder das oder du schaust Hat sie irgendwas gesagt, was sie bestellt haben? Nee, ich glaube, sie war ziemlich gestresst Aber wir könnten theoretisch beim Dragon-In anrufen, vielleicht kriegen wir das raus Okay 6, 4, 3 Also du merkst ja 6, 4, 3, 8, 5, 3 und ich mir die Vorwahl, weil die 6, 4, 3, 8, 5, 3 Ja, hab ich schon Ich kann mir sowas nicht merken Ich merke mir 6, 4, 3, 8, 5, 3 6, 4, 3, 8, 5, 3 Ah Ah Willkommen zu Dragon-Inn The best take away Chinese food this side of Dorchester This is an automated service Please hold the light while we check your number Das macht kein You have a standing order with us Would you like us to deliver your usual order? Please press the star key twice for yes Warte mal Or press 1 to make a new order Ich würde star key damit das Ja, versuch mal zweimal Your usual order is number 15 You have now order number 15 Yay But the shock is closed We close at 11 Okay, number 15 Ha, so hat's funktioniert Ich wüsste doch, dass es sein, dass es funktioniert 15 sequence aus Chicken 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 Gia Sao Ich hoffe, das ist richtig Chicky CK Tschüssi und ich freu mich gerade Wachstätter sich dieses blöde Mietzei gelöst aber Wauw Jetzt können wir die einzelnen Kameras abrufen Vidi cool ist das Ach du Scheiße Schlimmer als Five Nights at Freddy's auf Bahnsteig was ist was ist mit Kameraden Prozent 1 2 3 4 5 6 7 8 genau warum sind da 10 19 10 Kameras das hat er verteilt das stand so auch gut schauen wir wo Kamera 8 ist steht hier 2 2 Facing Stairs ok das werden wir uns dann wohl beim nächsten mal angucken ja also wir werden jetzt mal hier diese ganzen Hinweise sichten und wenn was interessantes dabei rumkommt dann werden wir euch das weiter dann zeigen wir euch das auch ja wir würden euch gerne dabei haben aber ich glaube nicht vor allem wir haben schon mal so ein Tagebuch vorgelesen und das alles zu sichten und jetzt vorzulesen und zu übersetzen dauert bestimmt 20-30 Minuten ja und das wollen wir euch nicht antun weil wir es ist immer stockend wenn wir auf Englisch von Englisch übersetzen müssen das ist nicht so schön also wir können das einfach durchmachen gut danke fürs Zuschauen auf jeden Fall falls es euch gefallen hat dann lasst uns da ein Like ein Kommentar oder Abo da und schaltet dann nächstes mal wieder an wenn wir hier die Rätsel lösen bis dahin könnt ihr ja selber versuchen sie ein bisschen zu lösen Herr Schül ist so weit kommen da die Ballustraden ganz mit allen Brüsten wieder voll besetzt da oben kann ich an das Schützen war ja von hinten komme ich darauf gibt keine Portale gut ja ich glaube wir die Brückegasse niemanden in die Lava Salmon also bringen brauchen wir schon mal keine Schubs fallen in diesem Level aber es gibt bloß Rana Orks und Oger ja deswegen sind die umso mehr dafür prädestiniert also auf